Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Purer Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Komm, ich will dir was achten. Na, deine Klausuren waren bestimmt auch gut. Gut, dann hast du einen Top-Examen. Hochzeichenfurt. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass Sie noch daran gedacht haben. So ein Handikad ist doch noch nicht spurlos abgekennen. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurts Büro natürlich. In Heckfurts Büro natürlich. Respekt! Die wenigsten kriegen mich mit. Ich hatte genug Gelegenheit. Man könnte fast sagen, ich bin ein Fan von dir. Und? Gibt es einen Fanclub von mir? Meine Teenie-Kreiszeit ist lange vorbei. Wir sind erwachsen. Lassen wir den Plura. Lass uns spielen. Viva Las Vegas de nada. Versch mich nicht. Ich bin ein Fanclub von mir. 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 Untertitelung des ZDF, 2020